Ah, da, da, da. Ich weiß, das können wir hier gleich auch gleich mal ausprobieren, theoretisch. Aber ich will die Metaille haben. Oh Gott. Was hab ich da eigentlich eben gemacht? Hm. Äh. Nein. Da hoch. Da hoch. Springen. Springen. Na, also. So, hier können wir die Größe verändern. Und hier auch. Ne, darum gibt's nichts. Ich werde übrigens grad nicht größer. Dafür brauch ich wahrscheinlich einen dritten, filmigen Eingang, der andersrum geht. Wow, nein, 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 nein. Ich will erst mal hier lang. Hier gibt's also doch Geheime. Gut, ich werde definitiv, äh, ich hab hier definitiv schon einen verpasst. Oh Gott. Hier ist, äh, noch einer. Gut. Und her damit. Werden wir's der zweite? Nein, das ist der erste. Ui. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also haben wir noch keinen, äh, Käfig verpasst. Ich schätze aber, dass wir schon, äh, die Chance verpasst haben, ähm, genug Lumps zu sammeln. Oh Gott. Hep, hep, hep. Wir sind immer noch klein. Mist. Ich hätte warten sollen, wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein bisschen warten sollen. Also ein bisschen hätte ich warten sollen. Hep. Huij. 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 So. Jetzt möchte ich gerne hier rüber. Und dann da rauf. Ich hab sie. Ich hab sie. Sehr gut. Ähm. Ah. Das ist dieses größte Veränderungsteil. Wow. Das lässt du mich da einfach so fallen. Das kannst du doch mit mir nicht machen. Mir hat das so ein Schrecken verpassen. Yo. Wie hab ich den denn noch erreicht? Hep. Nein. Hoch, hoch. Hier. So. Kurz warten. Jetzt. Hauf hier. Also der hier geht's, äh, nicht zu, soweit ich weiß. So. Mist. Ach, egal. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich eh nicht mehr genug. So. Gehen wir mal hier rein. So. Hep. Ich würde da jetzt zu, aber da kann ich mich dranhängen. Theoretisch. Zum Teufel. Was hat das Spiel nur gegen mich? Hepp, hepp, hepp. Das verarscht mich echt nach ständigem Faden. Ich bin echt zu blöd, ich meine, es kann doch nicht sein, dass das Spiel so schwer ist. Das ist doch gar nicht schwer. Jetzt ernsthaft. Hepp. Nein. Hepp, hepp, hepp. So. Wow. Hier rauf. Gut. Und hier drauf bleiben. Gut. Das hätten wir auch, äh, erreicht. Nein. Ich möchte gerne überleben und ich möchte gerne den König mitnehmen. So. Ja. Nein, 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 nein. Oh. Ich lebe aber noch. Ich lebe noch. Gott sei Dank. So geht's auf jeden Fall nicht. Aber ich bin ja jetzt hier. Hepp. Hepp. Irgendwie muss es doch zu schaffen sein. Hepp. Springen. Hepp. Nein. Das ist definitiv nicht. Hepp. Nochmal. Muss ich da denn nun schweben oder nicht? Ist anscheinend klüger. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das anstellen soll. Ich glaube, ich versuch's mal anders. Ich versuch's jetzt mal von unten. So. Springen. Das sah fast so aus, als hätte es funktioniert. Wenn auch nur fast. Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Auf die gleiche Art und Weise. So. Hepp. Das war zu früh. Also versuchen wir es nochmal. Na, Moment. Oh, kurz. So. Weiter geht's. Hier ins Level. Und mit der Hoffnung, dass ich das endlich mal schaffe, da die blöde Schädelmünze zu erhalten. Oder auch nicht. Ach, egal. Ich hab eh noch zu viel. Äh, denn. Nochmal. Ich lass die Schädelmünze jetzt mal Schädelmünze sein. Ich hab doch eh nicht genug Lums. So. Hepp. Hier sind wieder ein paar meckande Gabeln. Ich lass da einfach mal rummeckern. So. Alles von unten. Bestimmt. Gut. Jo. Da ist es. Oh. Schattenspiele. Oha. Hm. Ja. Äh, warum ist das jetzt immer noch weg? Hm, komisch So Na So So Hepp, hepp Ein hier rauf, da hin So Hui, endlich hab ich's Ähm Wo ist der Käfig? Äh, ne, hier ist er nicht Hab ich das also dann richtig gesehen? Ähm, die kann auch ein bisschen rummeckern Ach, das hier ist der Käfig Ähm Ja Soviel dazu Gut, das hätten wir Weiter geht's Oh, hier lebend, wie da rauskommen wird interessant Wird gar nicht mehr so schwer Womit Den Käfig haben wir doch noch, oder? Ja, gut Jetzt muss ich hier zwar noch theoretisch nochmal lebend rauskommen, aber Diesmal hab ich's sogar geschafft So Hepp 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 Hui So, hier gibt's sogar ein Herz Kann ich da oben noch irgendwas werden? Hepp Ne, anscheinend nicht Hier vielleicht? Hepp, hepp Schön Und da sind wir auch schon im letzten Screen Dieses Levels würde ich mal schätzen So Die Plasonierten können wir nochmal zum Platzen bringen Und den Käfig kaputt machen Wir haben immerhin alle Käfige in diesem Level Wenn auch nicht Wenn auch nicht genug Sehr wahrscheinlich Wir werden wahrscheinlich wieder 300 brauchen Ja Aber naja So ist das nun mal Einen haben wir ja immerhin Erreicht Und das kann ja eventuell auch schon reichen Gut Aber ich würde nochmal schätzen Das war's denn Für diese Aufnahme schon Wir haben insgesamt 50 Elektunens Und in der nächsten Aufnahme geht's weiter In der Rasenden Bedienung Ich hoffe die Aufnahme hat euch gefallen Wenn ja, könnt ihr ja Gut bewerten Wenn's euch nicht gefallen hat, dann Gebt halt einen Daumen runter Und sagt mir, was euch nicht gefallen hat Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme Zumindest hoffe ich das Und ich würde sagen Bis dahin Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.